Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es um die Leistung und den Wirkungsgrad eines Drehstrommotors. Und ja, dazu muss man natürlich wissen, wo findet man überhaupt Daten. Und da sind wir natürlich beim Leistungsschild oder eher sachbar, wo eher Typenschild. Also offiziell ist das nicht ein Leistungsschild, aber es ist ein Typenschild. Und so oder so ähnlich könnte ein Typenschild eines Drehstrommotors aussehen. Da haben wir einfach ein paar Daten ausgedacht. Und wir wollen uns ja um Leistung kümmern und um den Wirkungsgrad. Also sind hier nicht alle Felder jetzt so wichtig, sondern die, die ich so ein bisschen in so einem hellen Rot eingefärbt habe. Die Felder sind interessant und am Anfang will ich da mal was zu sagen. Zu dem Rest mache ich dann auch noch Videos, die diese anderen Felder da alle erklären. Weil das erste, ja, ich habe jetzt quasi so den Motortypen oder die Stromart oder wie man es auch immer nennen möchte. Drei, dann ist hier so ein Venus, so ein, ja, ist ein Sinus, also eine Welle. Und Motor heißt nichts anderes als Drei-Phasen-Motor. Also irgendein Drehstrommotor. Dreimal so ein Sinus. Also das Ding steht da für einen Drehstrommotor. Das brauche ich gleich, weil sonst nutze ich ja nicht die richtige Formel für die Leistung. Das zweite, hier steht die Leiterspannung, richtig. Hier ist die Leiterspannung, nicht die Strangspannung. 400 Volt. Was jetzt direkt davor heißt, mache ich auch in einem anderen Video. Ich habe einen Leiterstrom, 19 Ampere. Und vielleicht wundert ihr euch irgendwie so, hm, wieso ist da so ein großer Abstand? Oft ist es so, dass dieses Typenschild, ja, vom Hersteller, ja, vorbereitet ist. Dann steht da zwar noch nicht 400 oder steht noch nicht 19, aber es steht schon, was in dieses Feld rein soll. Und diese Sachen sind meist ganz rechts oder so geplottet. Und in die Mitte druckt man dann das rein, was speziell für seinen Motor ist. Daher sehen die manchmal so aus, dass hier so eine Lücke ist. Also, das V und das Ampere sind vom Hersteller schon vorgegeben. Und ich mache nur noch die 19 und die 400 da rein. Okay. Dann gehe ich mal hier in dieses Feld. 9 kW. Und auf, also eine Leistung. Ich sage gleich nochmal speziell hier was zu. Und hier ist der Cosinus, der Cosinus V, 0,8. So, warum jetzt genau diese Daten? Also hier oben ist klar, damit ich weiß, welcher Motortyp da ist. Und damit ich gleich die richtigen Formeln nutze. Aber jetzt habe ich hier eine Leistung und ich habe eine Spannungsstrom- und einen Cosinus. Okay, also ganz, ganz, ganz wichtig. Das wird auch gerne falsch gemacht. Die Leistung, also das, was hier wirklich als Leistung, also komplett ausgeschrieben als Leistung da ist, das ist die abgegebene Leistung des Motors an der Welle. Und ist ja auch klar, weil wenn sich jemand einen Motor kauft und der möchte damit irgendwie ein Fließband oder irgendwas bewegen, dann ist für ihn wichtig, dass der Motor stark genug ist, dieses Fließband zu bewegen. Also der guckt eher, ich brauche einen 9 kW. Motor. Und interessiert eigentlich nicht, wie viel dann aufgenommen würde, um diese Leistung zu produzieren. Also die Leistung, die hier draufsteht, ist nicht elektrische Leistung aus dem Netz, sondern mechanische Leistung an der Welle. Also die abgegebene Leistung, ganz wichtig. Und wo ist jetzt also die zugeführte Leistung? Die hat man eben in diesen drei Werten quasi versteckt. Die müssen wir immer erst ausrechnen. Die steht da nicht konkret. Und das ist auch ganz gut so, glaube ich, weil wenn die da konkret auch drauf stände, dann würden hier zwei Leistungen draufstehen. Und der Nicht-Elektroniker würde vielleicht die falsche Leistung annehmen. Also abgegebene Leistung, 9 kW. Die zugeführte Leistung ist ja U mal I mal Cosinus Phi. Das sind die drei. Und weil hier oben das noch drin ist, deswegen ist das ja auch wichtig. Es geht um einen Drehstrommotor. Also muss noch eine Wurzel 3 davor. Also das sind die Werte, die wir benutzen. Und jetzt gehe ich mal runter zu den Leistungen. Ich habe einmal das Ganze natürlich an meinem Motor da durchgerechnet. Also die Leistungsaufnahme. Das, was aus der Steckdose, sei ich es mal, geholt wird. Aus elektrischer Leistung. Wird gerne mal P zu, wird zugeführt genannt. Oder P1. In manchen Büchern auch. Ist in beiden Fällen aber Wurzel 3 mal U mal I mal Cosinus Phi. U, wichtig, Leiterspannung. Nicht Strangspannung. Darauf achten. Und es ist auch der Leiterstrom. Und der Cosinus Phi ist der Wirkfaktor. Und für mein Beispiel wäre das jetzt P zu. Ist also Wurzel 3 mal 400 Volt mal 19 Ampere mal 0,8. Das sind die Werte, die oben auf dem Typenschild standen. Das sind dann 10,5 kW. Also ich habe die Zahl hier nochmal in 10.531 Watt. Man rechnet aber eigentlich immer in kW. Der Motor hat immer kW. Okay, also zugeführte Leistung. Die, die ich wirklich elektrisch aus dem Netz ziehe. 10,5 kW. Zum Wirkfaktor. Ganz oft ist es so, da steht ja Cosinus und dann 0,8. Und dann wird ganz oft der Fehler gemacht, dass hier der Cosinus von 0,8 genommen wird. Nein, das ist schon der Cosinus Phi. Also ihr setzt tatsächlich Cosinus Phi durch 0,8. Hier aufpassen, auch haben wir gerne einen Fehler gemacht. Okay. Zweite Leistung. Das kommt mir ein bisschen nach. Da war gerade ganz schön. Die Leistungsabgabe an der Welle. P ab für Abgabe oder P2, weil es die zweite Leistung ist. P, achso, das habe ich oben auch hingeschrieben. Nochmal die Einheit von P, dann kriegt ihr so neckigen Klammern. Das ist natürlich W für Watt. Und in meinem Beispiel steht auf dem Leistungsschild P ab 9 kW. Das ist nochmal ganz wichtig. 9 kW, dafür scrolle ich nochmal hoch. Und die letzte Leistung, die es gibt, die man immer gerne mit berechnen muss, ist die Verlustleistung. Also die Differenz von den beiden. Irgendwo muss der Rest geblieben werden, wird dann in Wärme und so was angesetzt. Verlustleistung heißt PV. Und kann logischerweise, wenn man mit diesem zu und ab rechnet, wo ich gerade Sachen, wenn man zu und ab redet, ist das P zu minus P ab. Oder wenn man 1 und 2 macht, ist das 1 minus 2. Und auch hier für mein Beispiel, wäre es dann diese 10,5 kW minus diese 9 kW. Also nochmal das, was ich errechnet habe, minus das, was auf dem typischen Schild steht. Das ist 1,5 kW. Das ist die Verlustleistung. Und mit diesen Leistungen kann ich natürlich auch gleich den Wirkungsgrad ausrechnen. Also wie gut ist mein Motor, wie viel von der Leistung, die er aus dem Netz zieht, hat er nachher auch an der Welle. Und das ist der Wirkungsgrad hier. Der kriegt dieses N, was unten noch so eine Schlingel dran hat, was schon langgezogen ist. Das ist das griechische Äther. Und das ist dann P ab durch P zu oder P2 durch P1. P ab durch P zu, 9 kW durch 10,5 kW ist dann 0,86. Und hat keine Einheiten mehr, weil wenn ihr hier den Bruch seht, Kilowatt geteilt durch Kilowatt, das ist weg. Achtet aber auch bitte darauf, dass ihr nicht aus Versehen irgendwie hier 9.000 hinschreibt durch 10,5. Also es muss schon irgendwie die gleichen Einheiten haben. Wenn ich das oberen Kilowatt habe, muss ich das unteren Kilowatt haben. Wenn ich das oberen Watt habe, muss ich das unteren natürlich auch in Watt haben. Dadurch wird das ganze Ding hier Einheiten los. 0,86 ist für die Elektroniker völlig okay. Okay, manchmal muss man es auch noch an Prozent umrechnen. Das sind jetzt 86 Prozent zum Beispiel. Also nicht nur zum Beispiel, das ist ein Beispiel, aber das sind 86 Prozent. Das ist also der Wirkungsgrad. Und wenn ich so im Internet mal schaue, wie die Motoren so liegen, die liegen da auch alle so in etwa in dem Bereich. Okay, also ein bisschen was zum Typenschild und ein bisschen was zur Leistung und ein bisschen was zum Wirkungsgrad. Wenn ihr das also mal berechnen müsst, dann wisst ihr grob, worum es geht. Und ja, für hier soll es das auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.